Nächste Referentin, das ist Susanne Lichtenegger von der Lichtenegger GmbH. Sie kommt aus der Welt der PR und New Media Agenturen, hat sich aber gemeinsam mit ihrem Mann für einen etwas anderen Weg entschieden, für innovativere Ansätze. Ihr Vortragstitel lautet nun Social Media zwischen den Extremen, freue mich sehr darauf, vom Trend zum Privaten hin zum Leben als menschliche Marke. Frau Lichtenegger, bitteschön. Hallo, hört man mich? Ja. Ja, spannende Beiträge. Ich möchte auch noch mal gratulieren zu einem kleinen Unternehmen, das sich da so gut engagiert. Das eine sind Bewertungen, das andere sind Google Maps, dann kommt dann noch Social Media. Und ich möchte mich heute ein bisschen damit beschäftigen, wie so der Weg ist oder die Wandlung von Social Media. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr darüber reden, wer hier einen Facebook-Account hat. Ich nehme an, das werden schon einige sein. Ich frage lieber, wer hat keinen WhatsApp-Account? Oh, doch ein paar. Hui. Dann werden jetzt ja alle auf der Strecke bleiben. Nein, stimmt nicht. Ich habe ein paar Zahlen mit, die vielleicht noch ein bisschen interessant sind. Ich freue mich auch, dass Social Media hier so stark eingebunden ist, wenn ich davon spreche, vom Trend zum Privaten hin zum Leben als menschliche Marke. Ein paar private Momente hatten wir gerade auf der Wall. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ja. Wer hat heute bereits etwas Privates auf Facebook gepostet? Wer kann das von sich behaupten? Okay, doch ein paar. Aber normalerweise würde man ja annehmen, Facebook ist eine Plattform für den privaten Austausch. Man würde ja annehmen, man kann da auch etwas Privates drauf posten. Mein letztes privates Posting auf meiner Facebook-Timeline ist vom 11.01. Ich habe extra zurückgescrollt. Das ist nicht mein letztes Facebook-Posting, aber das ist mein letztes privates Facebook-Posting. Also wie gesagt, da habe ich jetzt was Intimes. Also intim. Ich war geistig umnebelt von einer Krankheit und konnte es da anscheinend nicht lassen, mich bemitleiden zu lassen. Aber ansonsten muss ich da auch nochmal weitergehen. Das heißt, früher war das ganz anders. Wenn man mich vor zwei, drei, vier Jahren gefragt hätte, wann wäre mein letztes privates Posting auf meiner Facebook-Timeline gewesen, dann wäre es natürlich heute wahrscheinlich gewesen. Also sofort in dem Moment oder zumindest gestern. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt, was passiert da so auf meiner Timeline? Jetzt sind es sowas wie Fotos, auf denen ich getaggt wurde von einem Verein, den ich mitgegründet habe. Das heißt, Digitales und Frauen. Es gibt so tagesaktuelle Themen. Das war so um den David Bowie-Tod. Und natürlich das Eltern-Dasein, das man irgendwie als Mutter auch immer wieder beschäftigt und wo es vielleicht Artikel oder irgendwelche nette Dinge gibt. Das heißt, wenn ich ein Medium wäre, würde ich mich wahrscheinlich mit diesen drei Themen beschäftigen. Wenn man mir auf Facebook folgt, wird man diesen drei Themen irgendwie unterkommen. Man wird aber wenig Privates über mich mehr finden. Was heißt das? Wir nutzen Social Media mittlerweile anders als noch vor ein paar Jahren. Wir sind uns alle, es ist überall durch die Medien gegangen, es gibt Privatsphäre-Lücken, die es bei Facebook gibt. Wir sind die NSA, wir brauchen ja gar nicht davon anfangen. Also eigentlich alles, was wir posten, ist nicht mehr privat, deswegen sind wir da sehr, sehr vorsichtig. Und gleichzeitig sind wir natürlich alle zu kleinen Medien geworden und achten darauf, auf unsere Reputation. Das heißt, früher hatte man seine, keine Ahnung, 20 oder man startet los und hat so seine 20, 30, 50 Freunde. Mittlerweile sind es dann vielleicht schon 200. Das heißt, man hat schon ein gewisses Bild, das man auch von sich nach außen steuern möchte. Alles, was ich nach außen poste, wird von jemandem wahrgenommen und man möchte ja was da zurückbekommen, nämlich Likes oder Kommentare, man möchte geliebt gehabt werden. Und das Ganze spielt sich ja unbewusst in einem ab und deswegen wird man automatisch zu einem kleinen Medium. Und wir sind, habe ich schon erwähnt, sensibilisiert, was das Thema Privatsphäre und Datenschutz angeht. Wie sieht die neue Social-Media-Nutzung aus? Ich habe vorhin schon erwähnt, Digitales und Frauen. Ich habe einen Verein mitbegründet, der nennt sich Digitalista zur Vernetzung von Frauen in der Digitalbranche. Und wir haben im Zuge unseres letzten Events eine kleine Umfrage mit Mindtake gemeinsam gemacht und haben gefragt, welche der folgenden Möglichkeiten nutzen Sie, um mit Familien und Freunden zu kommunizieren. Und das Gute ist, wir reden alle noch miteinander, wir wollen gerne telefonieren. Danach kommt E-Mail, SMS, WhatsApp ist mittlerweile schon auf Platz 4. Der Facebook-Messenger ist doch deutlich darunter. Jetzt haben wir das natürlich durchgeführt vom Alter, von sehr jungen Alter bis etwas höherem Alter. Wenn man sich das Ganze anschaut, nach Altersgruppen aufgesplittet, dann sind die Telefongespräche nicht unbedingt die, die auf Platz 1 liegen, also schon auch noch auf Platz 1 liegen, aber die nicht auf weiter Flur abgeschlagen sind, sondern WhatsApp ist da deutlich bei der jungen Zielgruppe sehr, sehr beliebt, also auf Platz 2. Wenn man sich anschaut, was wird bevorzugt, das eine ist ja, was nutze ich tatsächlich, aber man hat das ja so, den einen kann ich ja nur mit, also meine Oma kann ich jetzt schwer per WhatsApp erreichen, deswegen muss ich sie wahrscheinlich anrufen, aber was wäre mir lieber, dann sind es zwar noch immer die Telefongespräche, aber an zweiter Stelle total deutlich WhatsApp und der Rest ist eigentlich nicht mehr relevant, also man will auch nicht über andere Wege mit seinen Freunden und Bekannten und Familien kommunizieren und wenn man sich die Telefongespräche und WhatsApp dann nochmal genauer anschaut, dann sieht man da, dass unter der jungen Zielgruppe die Telefongespräche auch viel weniger relevant sind als WhatsApp. Das heißt, die Nutzung geht verstärkt weg von persönlichen Gesprächen zu schriftlich in Messages. Der Messenger ist der Ort, wo, oder die Messenger, es gibt ja viele und WhatsApp ist halt sehr, sehr stark vertreten, aber es ist ja auch hier sehr, sehr stark vertreten und auch im westlichen Teil der Welt. Es gibt in Asien andere Messenger, die zum Beispiel sehr stark sind. Dort ist der Ort, wo Gespräche stattfinden. Vor einigen Jahren war es noch Facebook allgemein als der Ort, wo man sagte, da finden die digitalen Gespräche statt. Jetzt sind es definitiv die Messenger und wer kennt das? Also ich persönlich habe meinen, ich habe verschiedene Messenger im Einsatz. Ich habe Slack, ich habe den Facebook Messenger, ich habe WhatsApp etc., ich habe überall meine Gruppen und überlege sehr, sehr genau, mit wem ich was austausche und da sind die Gespräche viel, viel privater, als sie früher jemals waren. Das heißt, es geht weg vom öffentlichen Austausch, es geht hin, wieder vermehrt zu privaten Gesprächen. Finde ich persönlich sehr angenehm und eine schöne Entwicklung. Was heißt das? Diese Gruppenchats sind eben sehr stark. Das heißt, es gibt Themen oder Freundeskreise, die man hat. Bei WhatsApp kann man ja Gruppen erstellen. Ich habe einen für den Verein zum Beispiel. Ich habe einen mit einer Mütterrunde, ich habe einen mit meiner Familie, wo wir einen ganzen Skiurlaub organisieren etc. Das heißt, hier geht es um Themen und um Freundeskreise. Und der Weg, den diese ganzen Messenger gehen oder gehen werden, ist zur Integration von weiteren Services. Also Facebook hat mit dem Messenger ja ganz klar die Strategie und möchte dorthin gehen, wo WeChat schon ist. Und ich weiß nicht, wem hier drinnen sagt WeChat etwas. Okay, ein paar Leuten. Das ist quasi der asiatische bzw. chinesische Messenger schlechthin. Dort wird nur das genutzt und das ist so ein One-Stop-Shop. Das heißt, man kann dort all das machen, was ich gerade über Messenger erzählt habe und sich per Messenger eine Pizza bestellen, ein Hotel buchen. Es werden sogar Gerichtsverhandlungen, es gab jetzt in China einen Fall, wo eine Gerichtsverhandlung über WeChat, das war so ein kleineres Delikt und man konnte dem nicht zumuten, dass der jetzt irgendwie ins Gericht kommt. Und deswegen wurde die ganze Gerichtsverhandlung über WeChat abgehalten. Sprich, die Services werden dort integriert und man überlegt, also ähnliche Machtpositionen wie Google bei gewissen Besuchanfragen bei diesen Themen hat, hat WeChat im asiatischen Raum für den Bereich Messenger. Und natürlich auch für den Bereich Kundenservice. Das heißt, Unternehmen werden sich in Zukunft überlegen müssen, wie sie hier ein sinnvolles Angebot schaffen können, weil natürlich, was das heißt, ist, dass viel Traffic, der auf Plattformen oder Social Media Kanälen passiert, sich immer mehr in kleineren Gruppen abspielt. Und in dieser kleinen Gruppe habe ich natürlich einen viel schwierigeren Zugang, beziehungsweise kriege ich vielleicht gar keinen, weil natürlich will ich auch nicht, dass in meiner privaten, wir organisieren die Skiurlaubgruppe, dann plötzlich irgendwelche Skiurlaubwerbungen und so weiter auftauchen, weil das für mich in dem Moment nicht relevant ist. Oder vielleicht wäre es relevant, aber es wäre mir zu persönlich, es wäre ein Eingriff in meinen persönlichen Raum und das hätte ich nicht gerne. Aber natürlich, wenn ein sinnvolles Service damit geboten werden würde, kann man sich schon überlegen, was das bedeutet. Also was es jetzt momentan gibt, sind Medienunternehmen, die sowas tun in Österreich, wie der Standard, die einen WhatsApp-Service bieten. Aber ich glaube, wir sind da echt weit, weit, weit am Anfang, was dann noch kommen wird. Und Facebook wird natürlich auch seinen Teil mitreden wollen und Unternehmen dazu auffordern und selbst entwickeln, aber auch Unternehmen dazu auffordern, aktiv zu werden. Das ist die eine Seite vom privaten Teil hin zum Markenteil. Die Marke ist das, ich habe schon gesagt, wir überlegen selber alle, was wir so posten, weil wir wollen alle ein gewisses Bild vermitteln. Und natürlich gibt es da zum Beispiel auch die Blogger, die das sehr, sehr stark und sehr, sehr gut tun. Und die produzieren mittlerweile hochprofessionellen Content, sei es im Food-Bereich, sei es im Fashion-Bereich, aber natürlich auch in vielen weiteren. Und das ist zum Beispiel die Sonja Petrovski von Fashion Tweet. Und das ist ein, wenn das schaut aus wie ein Editorial-Foto in irgendeiner Zeitschrift, ist aber ein Foto, das für ihren Blog entstanden ist. Oder aber, und das gefällt mir besonders gut, es gibt in Österreich einfach Blogger, die da sehr motiviert sind, mit voller Leidenschaft rangehen und extrem hochwertigen Content produzieren. Das ist der Fashion-Blogger Line-Headed, gemeinsam mit der Fashion-Tweet. Ich lasse das kurz wirken. Das ist der Fashion-Blogger, die da sehr, 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 sehr. Ich glaube, wir haben alle den Eindruck gewonnen, dass das jetzt nicht gerade irgendwie eine Handy-Kamera-Selfie-Video-Aufnahme ist, sondern dass das extrem gut produziert wurde und da steht nichts dahinter, also es steht sehr viel dahinter, aber es steht kein Unternehmen dahinter, es steht kein Verkauf dahinter, es steht nur Leidenschaft dahinter. Und das sieht man. Und das ist etwas, wo meiner Meinung nach Unternehmen jetzt einen großen Aufholbedarf haben, sich da anzuschließen. Wie schon gesagt, Blogger produzieren bereits hochprofessionellen Content, Unternehmen hinken hier oft noch nach und die machen das, die Blogger machen das, weil sie sich natürlich auch professionalisieren. Also es geht darum, natürlich auch ihren Content zu vermarkten, aber im ersten Schritt geht es ihnen natürlich auch aus der Leidenschaft heraus. Also in dem Fall kenne ich die handelnden Personen und die Aussage ist ganz klar, wir wollen einfach Fashion-Blogging auf das nächste Level bringen. Also es geht wirklich um die Sache an sich selbst und um die Leidenschaft dahinter und daran werden natürlich dann auch Unternehmen gemessen, weil, ja klar, Zalando oder was auch immer kann sowas auch produzieren, aber es wird nicht so authentisch sein. Und die Leidenschaft muss man einfach auch leben. Und weil guter Content nicht oft nicht Unternehmenszweck ist, sondern Unternehmenszweck ist einfach die Sache an sich, die man herstellt oder die man anbietet, heißt das nicht, dass der Content, den man produziert, deswegen halbherzig sein darf. Er muss nicht immer hochglanz sein, das finde ich nicht, das wäre die falsche Aussage. Er muss authentisch sein und authentisch ist er dann, wenn er mit Leidenschaft gemacht wird. Wie kann man dann mithalten, das heißt entweder investieren in guten Content, in hochwertigen Content oder aber kooperieren. Also eine Möglichkeit ist natürlich, sich mit Personen, die das schon tun, die das mit großer Leidenschaft tun, an die heranzutreten und mit denen zu kooperieren. Für mich heißt das allgemein von einem Company-Centered-Ansatz, also ich stehe da und die Welt dreht sich um mich und der User dreht sich um mich und der wird schon zu mir kommen, weil ich habe die tollen Inhalte hin zu Human-Centered. Das heißt, der Mensch steht im Fokus und darum dreht sich das Unternehmen, aber natürlich auch viele Unternehmen und dementsprechend muss man schauen, was man hier dem bieten kann. Nicht verkaufen kann, sondern was man dem bieten kann. Dankeschön. So, danke vielmals. Zwei, drei Minuten nehmen wir uns durchaus auch noch, um Frau Lichtenegger ein paar Fragen zu stellen. Wenn Sie ganz dringende Fragen haben, dann kommt die Catchbox gerne wieder zu Ihnen. Sonst mache ich mal den Anfang. Die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, inwieweit darf denn jetzt ein Unternehmen eigentlich in diese privaten Kommunikationskanäle eintauchen? Das ist eine Frage, die natürlich viele Aspekte beinhaltet. Ja, klar. Also die Dürfen ist immer auf Basis der Richtlinie, die die Plattform vorgibt und andererseits sollte man sich immer die Frage stellen, was kann ich an Service bieten? Wie ich schon an dem Beispiel genannt hatte, oder das Beispiel genannt hatte, meines eigenen Skiurlaubs. Ich würde mich sehr gestört fühlen, wenn da in diese private Kommunikation jemand eindringt. Wenn ich aber einen sehr großen Mehrwert oder ein sehr gutes Service dazu geboten bekomme, macht das natürlich auch Sinn. Also ich denke vor allem sehr, sehr stark im Thema Hotlines und Kundenservice, Kundenservice über WhatsApp. Ein Kunde von mir nennt immer das Beispiel, seine Frau hat einen Kinderarzt und der hatte letztens einen Ausschlag und sie hat dem Kinderarzt nur per WhatsApp das Foto von einem Ausschlag geschickt. Der hat ihr Retour geantwortet, wie war es wann und das Ding war erledigt. Und das wäre früher natürlich überhaupt nicht denkbar gewesen, aber ein direkter persönlicher Draht über WhatsApp zum Kinderarzt, das ist spitze oder zum Kundenservice. Schauen wir schnell mal in die Runde. Gibt es noch dringende Fragen dazu? Aus dem Web haben wir was? Bitte, Günter Exel hat für uns wieder kanalisiert und leitet weiter. Diesmal keine Frage, sondern eher ein Statement auch von einer Bloggerkollegin, die sich das ebenfalls auch ansieht. Von der Angelika Mandler, sie ist Reisebloggerin, wieder unterwegs. Sie sagt, kooperieren mit Bloggern, ja, professionell und ohne Angst vor den Bloggern. Aber das ist nicht gratis. Ja, sage ich auch, auf jeden Fall. Wenn wir kurz da einhaken, was wir da gesehen haben, war ja wunderbar von diesem Mode-Blog. Wir sind ja Kaufleute im Herzen. Wir wollen natürlich auch immer wissen, was kostet mich etwas, das mir am anderen Ende was bringt. Nur eine Größenordnung. Und dieses Video mit dem Herrn mit Rauschebart, der mit seiner Angebeteten da im Hotelzimmer sitzt. Reden wir da von ein paar Hundert, von ein paar Tausend, von zigtausenden Euro, um sowas zu produzieren? Also da in dem Fall werden wir nicht von ein paar Hundert Euro reden, sondern sicher von größeren Beträgen. Aber ich bin weder deren Vermarkter noch kann ich für sie sprechen. Also wenn, dann müsste man direkt, das empfehle ich auch, jedem Unternehmen direkt die Beziehungen aufzubauen. Und ich würde auch nicht empfehlen, hey Leute, produziert sie mir da was, sondern zu sagen, einzuladen und gemeinsam rauszufinden, was kann man wirklich gemeinsam machen. Weil dann entsteht wirklich authentischer Content und dann zahlt sich natürlich ihr Investment auch viel, viel mehr aus. Und ich gebe der Kollegin auch recht, es ist nicht gratis, um mit Blogger zu kooperieren, soll es auch niemals sein. Und deswegen sollte man sich auch überlegen, entweder an große heranzutreten mit großer Reichweite oder ein paar kleinere, die man aber dafür eine echt gute, enge Beziehung aufbaut. Eine Runde geht noch. Günther? Ja, eine Zuseherin oder ein Zuseher vom Livestream lässt gleich Fragen dazu. Wie viel Geld kostet eine Zusammenarbeit mit Bloggerinnen, zum Beispiel pro Blogpost? Pro Blogpost? Wie gesagt, ich bin keine Vermarkterin für die Blogger. Es gibt total unterschiedliche Zahlen von, keine Ahnung, 500 Euro bis ein paar Tausend. Aber das kommt auf den Raum an. Rede ich von österreichischen Blogger, rede ich von internationalen, von deutschsprachigen. Es ist... Ich bin... Aber wir merken, wir haben den Nerv getroffen. Ja, es ist total spannend. Wir haben natürlich schon Erfahrungen gesammelt, aber ich möchte wirklich nicht für die Blogger selbst sprechen und denen irgendwelche Zahlen vorgeben. Deswegen sollen sie das ruhig selbst verhandeln. Da rede ich, und das ist jetzt das Schlusswort auch als gestandener Journalist. Gut, der Content kostet einfach Geld und wir wissen alle, if you pay peanuts, you get monkeys, genau. Also, alles, was ein bisschen was kostet, darf auch was wert sein und umgekehrt. Ich sage herzlichen Dank. War sehr, sehr interessant, Frau Lichtenegger. War eine absolute Bereicherung. Danke vielmals. Vielen Dank.